Ja, guten Abend, ihr Lieben. Egal, ob es für euch Abend ist oder nicht. Das Video, das ich jetzt mache, ist von nicht so ganz ernsthafter Natur. Philosophischer Natur, wenn man so will. Also, es geht mal nicht um Politik und ich versuche es auch einigermaßen etwas fröhlicher zu gestalten. Angesichts der furchtbaren Nachrichten, die wir täglich hören und die ich auch in meinem Kanal regelmäßig bringe, dachte ich, ich gönne mal uns allen hier eine kleine Auszeit. Philosophie also. Ich bin zu diesem Video, wie gesagt, genötigt worden. Man hat meine Orchidee entführt und unter vorgehaltener Waffe mir ein Foto geschickt. Mach endlich ein Video zu diesem Thema oder die Orchidee kriegt's. Nee, also. Das Thema des Videos, zu dem ich versuche, mich zu äußern, ist die Frage, wie real ist die Realität? Ja, nein, das ist jetzt nicht wirklich ganz so wörtlich gemeint. Aber ich habe philosophische Debatten verfolgt und Leute, die ich kenne, haben sie verfolgt und gesagt, ja, zu dem Thema Wahrheit und darum spanne es sich um Wahrheit, Freiheit und andere Perspektiven. Und zufällig, wie es der Zufall will, wenn man denn an Zufall glauben will, gab es unabhängig davon noch zwei, drei andere Debatten ähnlichen Gehaltes über Wahrheit und Realität im weitesten Sinne. Ihr wartet so und sehen, worauf es hier ausläuft. Und da dachte ich, gut, ich sage mal meinen Senf auch dazu. Und da ich jetzt gerade schon ein wenig herrlich kaltes, frisches, böhmisches Bier intus habe, wähne ich mich auch mental in dem perfekten Zustand, um über die Realität, den Realitätsgehalt der Realität, wie real ist die Realität, zu sinnieren. Ich glaube, das ist ein Thema, dessen man sich stocknüchtern nicht annehmen sollte. Ich nehme mal gleich noch einen Schluck. Proste euch natürlich zu. Ja, diese Diskussion, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Der gute Wehzold, Wehzold Plaum, der hatte nach langer Abwesenheit, ich habe mich um seine Abwesenheit geängstigt. Der soll sich mal bei mir entschuldigen. Nein, nein, so ist das nicht gemeint. Viele von uns haben sich um ihn gesorgt. Ich weiß es, weil ich habe mit einigen Leuten, die auch seiner Facebook-Seite folgen, die haben mich gefragt, ob ich weiß, wo er ist. Wehzold war plötzlich verschwunden. Der Mann von meiner Wiki-Welt, der mich mal eingeladen hat zum Interview, zum Gespräch, war Monate weg. Und ich habe schon gedacht, scheiße, jetzt hat ihn die Antifa die Bude eingerannt. Da wäre die Realität dann relativ real, muss man sagen. Es gibt eine Anekdote aus meiner Jugendzeit. Ich bin ja ein Schüler des Okkulten, neben vielen anderen Dingen. Und ich hatte drei Lehrer in diesem Bereich, die ich gerne als grau, schwarz und weiß darstelle, weil sie so die verschiedenen Denkrichtungen repräsentierten, was sich durch reinen Zufall wieder, was halt einem so zufällt, so ergeben hat. Und mein dunkler Seite-Lehrer Meister Warneck. Mit dem gegenüber habe ich in jungen Jahren auch diese transzendente Ansicht vertreten. Ja, die Realität, man weiß ja nicht, wie real ist die denn? Bei Meditation erscheint einem alles anders. Ist es da nicht gut, wenn man all die Dinge durch die Transzendenz wegmeditiert? So New Age-mäßig war ich damals drauf mit so 18 oder was. Worauf er mich mit gehöriger Brutalität in den Oberschenkel zwickte, lachte und sagte, meditier das mal weg. Das war eine große Lehre und manchmal sind es ja kleine Dinge, die man im Gedächtnis behält. Und im Nachhinein bin ich ihm vor dem Schmerz im Schenkel, den ich tagelang darauf hatte. Ich habe einen richtigen blauen Fleck gekriegt. Damals in höchstem Maße dankbar. Auch wenn die Lehrmethoden vielleicht etwas kurios gewesen sind, die ich damals mitbekommen habe. Aber dann etwas anderes. Das sind die Anlässe, die ich jetzt versuche, zusammenfassen. Eine gute Bekannte von mir auf Facebook hat eine Diskussion geführt, in der ich nur ganz kurz mich eingeblendet und gleich wieder ausgeblendet habe. Sie ist so in dieser, auch in dieser Transzendenten-Richtung. Ich weiß nicht, ob sie meinen Videokanal verfolgt. Wenn so möge sie es mir verzeihen, dass ich jetzt das auf Bezug nehme. Aber weil es auch eine, gerade in esoterischen Kreisen, sehr verbreitete Sicht ist. Ja, so die wahre Realität ist die jenseitige Realität. Die Transzendente. Und dann haben wir die Gegenseite von unserem guten Wetzold, der sich ja als ganz diesseitiger Mensch gar nicht von platonischen Ideenlehren irre machen will und für den nur die Welt im Einzelnen, wie sie vor uns steht. Also der Wetzold hat einen, ich sage das jetzt so ein bisschen mit Tong in Chic, ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Obwohl ich sagen muss, meine Sache ist das eigentlich überhaupt nicht. Ich bin ein ganz und gar praktischer Mensch. Aber bitte, der Wetzold hat einen Vortrag, das war der Grund seiner Abwesenheit. Er hat einen Vortrag bearbeitet, geschrieben. Wenn ich glaube, er hat den, ich denke er hat den geschrieben und er hat den auch gehalten. Und er hat diesen Vortrag auch auf YouTube hochgeladen. Und da geht es um Geschichtsphilosophie im Kamm. Und der Anfang ist dann auch so, es geht um, ach, ich persönlich bin ja nur ein Prolet. Also ich bin kein Mensch dieser großen Worte, die man als Berufsphilosoph lernt. Aber um eine große Debatte einfach zu machen, ging es, wie es immer wieder mal geht bei manchen Gesprächen, um die Frage jetzt bei Wetzolds Video am Anfang, ob das Allgemeine oder das Besondere das Wahrere ist. Also schon das, selbst die Übersetzung ist so, dass ich mir selber zure und sage, große Götter, wie kann man etwas so Abstraktes, das mir auch selbst heute noch so nutzlos erscheint, in Begriffe herunterbrechen, die Normalsprache sind. Der große Präsident, ich glaube Harry Truman war es, der gesagt hat, eine Idee, die man nicht auf einer DIN A4 Seite aufschreiben kann, ist nicht durchdacht. Ich bin ein großer Anhänger der Idee, dass man, was man nicht in der Kürze bringen kann und in einfachen Worten sagen kann, nicht durchdacht ist. Ich kokettiere ja immer damit, Prolet zu sein und zu einem Teil bin ich es auch. Weil mir diese, wenn andere Leute wie Aristoteles sind, dann bin ich wie Diogenes im Fass. Wenn andere sich mit großen Göttern wie Apollon oder Zeus vergleichen mögen, dann bin ich, weiß ich nicht, wie Loki. Nein, bitte nicht an Marvel denken, bitte. Also mir ist das Niedere, das Schalkhafte, das Zwielichtige, das Erdhafte, das Fassbare, das Spielerische näher. Wie real ist die Realität? Was ist denn die Realität? Das ist in der Philosophiegeschichte ja eine Frage, um der sich lange die Geister schieben und wie Wehzold sagte, dies sei heute geklärt. Das fand ich erstaunlich. Ich persönlich, er hat sich dann am Anfang mit Wittgenstein befasst, ich persönlich bin ja dann eher auf der Seite von Qui-Gon Jinn. Ich weiß, ich hatte jemals in der modernen Philosophiegeschichte schon mal einen Philosoph Qui-Gon Jinn, den fiktiven Jedi aus Star Wars gegen Wittgenstein zitiert. Dann tue ich es jetzt einfach und mache es das erste Mal. Qui-Gon Jinn sagte, your focus determines your reality. Dein Fokus bestimmt deine Realität. Das klingt natürlich furchtbar verdächtig nach böser Postmoderne. Es ist ein Dschungel und ein Dickicht. Schon die Frage, welchen Nutzen die Frage bringt, ist ungeheuer schwer zu beantworten. Also ich persönlich, habe das auch in meinen Videos mehrfach gesagt, bin ja als Philosoph eher der ein Freund nutzbringender Erkenntnis suchen. Also dass man sich auf Pfade begibt, an deren Ende eine Perspektive ist, mit der man was machen kann. Das ist das eine. Ich bin auch ganz und gar skeptisch. Ich will jetzt nicht Weetzholz' großen Video-Vortrag allzu negativ gegenüberstehen. Das hat seinen Wert für ihn bestimmt und für andere auch. Aber ich persönlich bin ganz und gar überhaupt nicht in dieser Art von Wissenschaftssprech. Also die Ontologie der Nomokratie des nihilistischen Reflektiv-Gedankens, der, so geht das in Texten heutzutage immer weiter, wo ich manchmal das Gefühl habe oder mir die Frage stelle, was ich jetzt nicht auf Weetzold beziehen mag speziell, aber generell, wissen die Leute eigentlich noch, was sie da sagen? Also so ein bisschen ein, 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 was ist der, Gadsad. Das ist ein kanadisch-libanesischer Evolutionsbiologe. Der hat, früher jedenfalls, hat er immer wieder Videos gemacht. Da hat er Texte vorgelesen von postmodernen Linken. Und das ist auch nur so eine Aneinanderreihung von gibberish. Also von, von Begriffen, wo man zuhört. Und ich, ich möchte da so berlinerisch denken, hä, was hat der gesagt? So geht es mir mit dieser Art Sprache ein bisschen. Ich meine, ich habe diese Dinge auch mal gelernt. Aber ich habe sie entlernt. Das ist ja deine Weisheit, die Yoda. Toll, ich bringe Star Wars fiktive Figuren gegen Wittgenstein und Tegel. Das ist auch genial. Aber egal, also. Yoda hat mal gesagt, äh, verlernen musst du, was bist ja du gelernt. Das ist das, was er Lug rät. Und ich glaube, ein erheblicher Teil von Weisheit besteht tatsächlich nicht zu erlernen, sondern etwas zu verlernen. Brillen abzulegen, wenn man so will. Vorgefertigte Schablonen abzulegen. Sich freizumachen von Vorgedanken, die andere gedacht haben. Schobmauer hat mal gesagt, die meisten Menschen in dem gebildeten Wesen haben sich dumm gelesen. Ich sage das manchmal so krokett, so ein bisschen witzig, aber ich bin davon wirklich überzeugt, man kann sich echt dumm lesen. Man liest so viele schwere Wortpers, Hülsen und, na Hülsen ist schon eine Wertung. Also Worte, von denen es, sagen wir mal, unklar ist, ob sie einen Inhalt haben oder nicht. Ob das Wort ein Subjekt hat. Und ich bringe jetzt mal mein Most Hated Word, mein meistgehasstes Wort, das ist das Wort Freiheit. Ich hasse das Wort Freiheit. Und das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass ich den Freiheitsgedanken hasse. Im Gegenteil, ich bin als Wassermann, Aszendent Wassermann, vermutlich einer der freiheitsliebenden Menschen, die es überhaupt gibt, vom Typus her. Ob das mit Astrologie zu tun hat oder nicht, ist dahingestellt. Aber es gibt in Faust 1 sagt Mephisto, dem ich lange Zeit wie seine Art alter Ego, also wie seine Art Spiegel meines eigenen Ichs angesehen habe, weil meine Grundhaltung die des intellektuellen Zynikers Mephisto lange Zeit sehr ähnlich war und es in manchen Bereichen immer noch ist. Mephisto hat in Faust gesagt, ich kriege es nur noch ungefähr hin, gewöhnlich denkt der Mensch, wenn er nur Worte, nee, es meint der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei wohl auch was denken lassen. Wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei wohl auch was denken lassen. Will heißen, wir sind von Worten wie mit einer Art Magie beeinflussbar, dass wir denken, wenn ein Wort existiert, dann muss es auch in der Realität einen Begriff dazu geben. Freiheit. In mir ist im Englischen gibt es einen schöneren Begriff, der heißt Liberties. Leider haben wir im Deutschen keine unterschiedliche Worte für Liberty und Freedom. Das ist für uns beides Freiheit. Aber das Schöne ist, dass man Liberties als Freiheiten. Das hat im Englischen auch einen etwas nuanciert anderen Klang. Freiheit, Freedom ist im Englischen wie im Deutschen eher etwas sehr Abstraktes, sehr Allgemeines. Also, dass man in einer Rede gut schwingen kann. Ich bin für die Gesellschaft der Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Wir sind die Partei der Freiheit. Wir sind die Bewegung der Freiheit. Die Freiheit ist das höchste Gut. Das sind so Schlagworte des Slogans. Das ist wie Ariel West, Weißer als Weiß. So war früher ein Slogan, als es noch die Clementine gab, wenn man sich an die noch erinnert. Die hat ja übrigens in Spandau gewohnt in der Nähe. Ich habe die aber nie gesehen. Freiheit. Ja, ja, das ist so ein Begriff. Das ist was, was die Marktwirtschaftler immer gar nicht bringen. Die Anhänger der Marktwirtschaft reden dann von der Freiheit. Sie sind die Gesellschaft oder die Wirtschaft der Freiheit. Von freiem Handel, der freie Markt. das ist ein magisches Wort, das wie so ein Platzhalter für irgendetwas ist, dessen Inhalt ich, weil ich eben nur ein dummer Proletarier bin, nicht verstehe. Ich kann mir unter dem Begriff einfach nichts vorstellen. Das war eine Diskussion, die ich mit dem hatte, der mich nötigte, dieses Video zu machen. Die Freiheit als Singular, als Begriff ist eine Schimäre, ist ein Fantasiegebilde ohne jeden Inhalt. Was soll das sein? Freiheit von was? Freiheit was zu tun? Was ist Freiheit? Ich sage es mal in einem sozialistischen Sinne, auch wenn jetzt manche den Ansatz vielleicht sagen, was Sozialismus? Ich schalte gleich ab. Freiheit, was ist Freiheit ohne Mittel? Ich nehme ein ganz konkretes Beispiel, gerade aus unserer deutschen Geschichte. Die Bürger, die früher in der DDR Bürger gewesen sind, die hatten nicht die Freiheit zu reisen, weil das war ihnen vom Gesetz her verwehrt, also gut im Ostblock, aber ich sage es jetzt mal so vereinfacht. Die hatten per se nicht die Freiheit zu reisen. Heute haben sie die Freiheit zu reisen, gerade der deutsche Pass ist einer der wertvollsten überhaupt, aber die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch und wer kein Geld hat, dem nützt die Freiheit auf dem Papier gar nichts. Ich zum Beispiel bin seit 15 Jahren nicht mehr verreist, was für mich seelisch durchaus eine Belastung ist. Ich würde sehr gern mit einiges der Welt sehen. Nur so als Klammer, wo ich gar kein Ossi bin. Mich hat die Wiedervereinigung auch wirtschaftlich getroffen, muss ich sagen, denn das hat ja was in Gang gesetzt mit Grenzöffnung, mit europäischer Einigung. Da ist ja eine ganze Entwicklung dann passiert, wovon viele deutsche Landsmänner im Osten mehr, aber auch im Westen negativ betroffen wurden durch das, was ich nach 1990 tat. Objektiv gesehen ist also die Frage, sind die Menschen freier, wenn sie auf dem Papier nach der Verfassung das Recht haben zu reisen, aber die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Systems so viele Leute in Armut gestürzt hat, selbst die, die normale Jobs haben und verdienen, sind ja oftmals so arm. Was nützt mir die Freiheit als hohler Begriff, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weil ich nicht genug Geld verdiene? Also ist das überhaupt ein Begriff, der einen Wert besitzt, eine Substanz. Da wäre zum Beispiel der Begriff der Liberties, der Freiheiten, wie gesagt, dadurch, dass es Liberties hat, einen etwas konkreteren Anklang im Englischen als unser Begriff Plural Freiheiten. Von Freiheiten spricht man im Deutschen auch fast nie. Das ist aber im Amerikanischen ganz wichtig. Liberties stehen nämlich in der Verfassung. Während wir vor allem eine Verfassung von Pflichten haben oder teilweise Rechte unter Vorbehalt, Hagen Grell hat das mal so schön gesagt, im Grundgesetz stehen zwar lauter Freiheiten drin, da steht aber immer ein Schlenker, Details werden durch Gesetze geregelt. Das heißt, ätschi bätschi, um sich mit unserer SPD-Vorsitzenden auszudrücken, wir haben zwar irgendwo Freiheiten, aber alle kann man einschränken und sind eigentlich hohl und leer und wertlos. Grundfreiheiten haben tatsächlich nur einen Wert, wenn sie nicht beschränkt sind oder wenn sie nahezu nicht beschränkt sind, bis auf ganz, also wenn es nur extrem ungewöhnliche Ausnahmen gibt, die sich umgekehrt wieder nur auf andere Grundgesetze, also nehmen wir mal die Meinungsfreiheit in den USA, von deren ich ein großer Fan bin, von diesem, ich glaube es ist sogar das erste, first oder second, ich kann die nicht ganz auseinandersetzen, ich glaube das erste Amendment, also der erste Grundsatz. Dass die Meinungsfreiheit etwas Heiliges ist, egal was jemand sagt, auch wenn es unangenehm ist, unerfreulich, hetzerisch, was auch immer. Weil es nur dann wirkliche Freiheit ist, eine Freiheit auf einer Liste von Freiheiten oder die Freiheit sich zu bewaffnen und andere Freiheiten, die die amerikanische Verfassung beinhaltet. das haben wir in Europa ja alle nicht, da gibt es keine Meinungsfreiheit, sondern nur eine bedingte Meinungslizenz, wenn man so will. Das ist ja sowieso das neue Motto der Europäischen Union. Haben sie eine Lizenz dafür? Das ist, oder kommt jetzt so. Wobei, ich muss gestehen, dieser schöne Satz ist nicht von mir, den hat sich Dave Cullen von Computing Forever ausgedacht. Der bringt das in jedem Do you have a license for that? Haben sie eine Lizenz dafür? Das ist die neue Ideologie der Europäischen Union. Merkel hat das ja mal in ihrem Auto auch so durchblicken lassen. Selber fahren ist ja eigentlich viel zu gefährlich. Das können wir den Leuten ja gar nicht erlauben eigentlich. Also dass Merkel sehr in DDR-Dimensionen denkt, ist glaube ich jetzt dem Letzten klar. Also erlaubt werden darf nur, wozu Menschen vom Staat lizenziert sind. Nennt man Autokratie oder zugespitzt, könnte man sagen, ist eigentlich Faschismus oder in der Variation von Faschismus. Zu sagen, der Staat hat recht und du darfst nur, wozu dir der Staat gnädigerweise eine Lizenz erlaubt. Deswegen bin ich diesen Begriffen skeptisch. Nicht der Realität selber. Ich glaube, es gibt da draußen eine Realität. Also dieses Transzendenzgehubere von so Superesoterikern, die sagen, die Realität ist alles nur Schein und so. Das teile ich nicht. Umgekehrt will ich mich aber auch diesem Rationalen der Begriffsmagie rationalen. Das Interessante ist, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, auch wenn es Überwindung kostet, einmal im Leben sollte man Adorno und Torkheimer die Dialektik der Aufklärung gelesen haben. Es ist mit allen Schwächen, die diese Leute haben, trotzdem ein sehr geistreiches Buch. Und Adorno und Torkheimer haben in diesem Buch haben sie etwas angegriffen, was man die Aufklärung nennt. Was für uns ein bisschen ein seltsamer Begriff ist. Wir glauben bei Aufklärung vielleicht an sexuelle Aufklärung oder Aufklärung so Kant oder sowas aus langer Zeit voraus. Aber es ist eine Art von Denkweise, eine Art Rationalität. Und das Grundproblem haben Adorno und Torkheimer durchaus, wie ich meine, richtig erkannt. Es gibt in unserer, in unserem westlich-rationalen Denken nämlich einen Fehler. Und der basiert letztlich darauf, dass zu einem erheblichen Teil unsere Denkgebäude immer künstliche Entscheidungsakte sind. Es gibt immer irgendwo einen Punkt, egal wie rational oder logisch tatsächlich oder scheinbar Philosophien oder Konstrukte der Realität sind, von denen wir ausgehen. Es gibt immer irgendwo einen Punkt der willkürlichen Setzung. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das für manche wie sakrosankt erscheint, die Mathematik. Natürlich, wenn ich vor mir, ich habe jetzt hier einen Stift, so eins, dann lege ich noch einen zweiten daneben, dann habe ich zwei, dann lege ich drei, den dritten, daneben, so, das ist eine Faktizität. Jetzt kommen wir zum Begriff Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das ist eine Faktizität. Ich sehe diese drei Stifte vor mir, ich kann sie aufheben, ich kann mit allen drei malen und ich kann mir mit ihnen Löcher ins Bein bohren. Das ist Faktizität, die ist evident durch Empirie, also durch Test. Ich kann ein Theorem aufstellen, hier sind drei Stifte, dann kann ich, dann sehe ich ein, zwei, drei, ich zähle sie, ich greife sie, ich warf sie an die Wand, ich steche sie mir ins Auge, was auch immer. Ich kann, gut, ich habe keine drei Augen, das kann ich, ich kann also das nur zweimal machen. Ihr versteht, was ich meine. Ich kann durch Experiment feststellen, die Wahrheit von Faktizität. Wahrheit ist aber doch noch was ganz anderes. Wahrheit ist nämlich die Abstraktion von diesem Begriff, von dieser, nee, von dieser, von diesem Sinneseindruck. Es gibt eine Faktizität, so, damit, das ist eigentlich alles, was ich, was ich aus meiner Sicht über die Wahrheit der Welt sagen kann. Es gibt Faktizität. Beispielsweise, nehmen wir mal das, was bei auf der Genderseite immer kommt. Die Genderisten sagen ja, Geschlecht ist ein Konstrukt. Das ist eine extrem trickreiche Sache. Das ist etwas, ich komme ja immer so ein bisschen, ich sage, ich bin Zentrist, ich bin ausgewogen und manche halten das von einer Marotte. Nein, nein, das hat bei mir Methode. Also man glaube es mir oder nicht, es ist aber so. Wenn ich mir die Genderdebatte ansehe, dann stehe ich genauso zwischen Baum und Borke. Das eine ist die Faktizität. Die Faktizität ist, wir wissen, es gibt Hormone, wir wissen, es gibt Gene, es gibt Verarbung. Also wir wissen, dass die, es gibt, Männer denken anders wie Frauen. Also wir wissen das aus dem Gehirn, wir wissen das aus Hormonen. So, das ist, das ist, was man Faktizität nennt, was ich Faktizität nennen möchte. Das ist faktisch so. So. Gender ist aber ein anderes Wort im Englischen wie Sex. Das ist normalerweise, Men and Women are Sexes. Also das ist, auch das ist im Deutschen nicht ganz so, einfach zu übersetzen oder zu bringen. Dass es einen Unterschied gibt zwischen Sex und Gender, also zwischen Geschlecht und Geschlecht. Es gibt ein Wort für das biologische Geschlecht. Das ist das Sex, das Sexes, hat nichts mit sexuellen Handlungen per se zu tun. The Sexes, the Sexes are men and women. Die Geschlechter sind Mann und Frau. And there are two genders. Gender ist ein einfach etwas anderes. Und natürlich gibt es ein Element des Konstrukts dabei. Das ist ganz klar. Also wie Männlichkeit und Weiblichkeit im Detail definiert wird, ist von Epoche zu Epoche zum Beispiel unterschiedlich. Das ist zum Beispiel in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, also um mal eine Zeit, um mal nicht zu weit zurückzugehen, dann heute. Immer wieder ändert sich das, was Männlichkeit, was Weiblichkeit bedeutet. Also kann man sagen, manchmal in Nuancen, manchmal etwas größer. Und dann gibt es auch ganz seltsame Widersprüchlichkeiten, in denen Dinge vielschichtig und nuanciert sind. Nehmen wir mal etwas, das ganz augenfällig für mich ist, die Männer in dem, im Barock. Also wenn man, wenn man Gemälde sieht, ich hätte beinahe Fotos gesagt, wer ein Foto vom Barock sieht, der weiß, es ist Fake News, sorry. Also, wenn man ein Gemälde eines Mannes vom Barock sieht, dann sieht man einen Mann, der aus unserer Vorstellung sehr weibisch aussieht. Das ist aber relativ gesehen von uns, weil wir eine Männermode haben, die so seit der Edwardischen Zeit, also seit dem, oh Gott, was ist das, 1860er, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, also seit den 1850ern, 16ern, so ungefähr, Pi mal Daumen, ich gucke jetzt nicht genauer nach, hat sich plötzlich das Ideal von männlicher Erscheinung gewandelt, Kurzhaarschnitt und graue, schwarze, super schlichte Kleidung. Das ist relativ plötzlich gekommen und das hat es die Jahrhunderte und Jahrtausende davor fast nie gegeben, dass die optische Vorstellung des Mannes so extrem schlicht sein muss. Das hat auch was damit zu tun, dass wir dann die industrielle Revolution hatten und der Mann zu einer, da der Mann arbeitete, die Frau nicht, also lange Zeit jedenfalls, war der Mann plötzlich zu einer Art Normteil. Wenn man zum Beispiel Anzüge ansieht, also Harrenanzüge, dann gibt es Grau und eigentlich war es das schon. Man kann Anzüge in Blau tragen, in Schwarz, in vielen anderen Farben, aber die meisten, die in einem Beruf arbeiten, wo man Anzug trägt, sind Variationen von Grau. Manchmal ein ganz grau angehauchtes Beige. Das ist ja eine Art von Uniform, also eine Art von den Menschen optisch zu reduzieren auf eine Art Ding, auf ein Gerät, das eine Firma benutzt. So, ein Mann ist also in diesem Anzug ein Funktionsteil und keine Person mehr. So wie der Bankangestellte, der hinter dem Tresen ist, der hat einen Anzug an, gibt es heute nicht mehr so oft, weil die meisten waren Online-Banking, aber viele waren sich noch daran erinnern. Er suggeriert Seriösität und Unemotionalität. Das Interessante ist, heute gilt als typisch weibliche Farbe rosa und rot und als typisch männliche blau. Das war zum Beispiel mal umgekehrt, weil man gesagt hat, rot ist die aggressive Farbe der Krieger. Also viele römische Legionäre war ja immer wieder in Rom, war Epochenrot, galt als sehr männlich. Die britische Armee war rot und erst in der modernen Zeit hat sich das gewandelt und dann kam plötzlich blau als typische männliche Farbe, weil man plötzlich ein Männlichkeitsideal hatte. Das hieß, der Mann soll nicht emotional sein, sondern er soll stoisch sein. Also unemotional. Der Mann als, ich weiß, viele Väter unserer Generation, also ich bin wie gesagt Jahrgang 71, also jetzt 47 und viele Nachkriegsväter, also die meine Generation so plus minus 10 Jahre und weiß ich eine gewisse Zeit drum herum, werden das erlebt haben, dass die meisten Väter eigentlich unglaublich stoische Männer gewesen sind, die kaum je Gefühl gezeigt haben. Die wurden so erzogen und die hatten so ein Männerbild. Nun würden manche heute mir natürlich sagen, ja gut, wollen wir denn die Heulsusen, der, wie heißen sie, Hipster? Ich bin auch da hin und her gerissen. Also ich möchte auch zu keinem solchen Stein, zu seinem Klotz von einem Mann, mein Vater war zum Glück sehr ausgewogen in dieser Frage, aber ich weiß viele Väter von ehemaligen Klassenkameraden, vor allem wenn man dann so zu Besuch früher war, hat man ja die Eltern der Leute irgendwie kennengelernt und viele meiner Klassenkameraden, die ich aus Schulzeiten, wenn ich die besucht habe, deren Väter waren genauso super emotionale Klötze. Also so schweigsame Muffler, möchte ich mal sagen. An gar nichts interessiert, nicht an Kultur, nicht an gar nichts. Und das ist eine solche Verarmung des männlichen Begriffs, so zugespitzt auf das, ja wie so Vulkanier eigentlich nur, dass das das einzige Artmännliche, der Stoische, bei uns in Deutschland war es ja dann eher der etwas kartoffelig plumpe Mann, der Nies Maul aufgekriegt hat und immer stoisch, apathisch, während die Ehefrau keifend Gardinenpredigten hält und sich total gehen lässt. Das ist so ein bisschen, es hat was Lojo-haftes, dieses Bild. Aber es war ja oft genug auch die Realität und wird es vielleicht auch heute noch sein, vielleicht nicht mehr so stark. Insofern bin auch ich dieser konservativen Kritik an dem, was man so Betamails und Hipster nennt, nur mit einem halben Auge zustimmt, weil ich denke, naja, ganz zurück in dieses Männer, die bis zum Anzüge, die wie diese bis zum Hals geschlossene Krägen. Körper hat ja was mit Emotionalität zu tun. Man hat die Frauen in Korsetts gesteckt, die Männer in Stehkragen und alles eingeschnürt, sodass möglichst keine emotionale Regung möglich ist. Und das ist die Perspektivität von Wahrheit. von Wahrheit. Also wir schauen dann auf das Barock mit all dieser Üppigkeit, Barockmänner und glauben, das waren ja alles lasche Tunden, Weicheier. Und das ist Quatsch. Die Barockmänner waren Krieger. Die haben sich duelliert, die haben sich Pistolen und wie heißt es, Degenduelle geliefert. Und Hallo mit Brutalität. Die waren so ein bisschen wie bei uns die Türken, wenn man da ein Wort von Irrlosigkeit sagte, da ging es gleich am nächsten Tag zum Duell. Die haben Fäden geführt mit Brutalität. Die haben Kriege geführt, ebenfalls mit großer Brutalität. Also das ist, ich weiß, dass das, manche haben ja auf der rechten Seite so ein bisschen dieses, dieses Bild, die sehen dann in Puder und Rüschen und gigantischen Perücken in sehr femininen Posen diese Männer und aus dieser Epoche, aus dieser Epoche wie zum Beispiel Barock, teilweise auch Renaissance und sagen, das waren ja alles tuntige Lasche, Weicheier, jawohl. Und nur der Mann in grauem Anzug und in schwarzer Uniform, das ist der wahre Mann. Und das ist einfach ein falsches Bild. Also das ist, das ist Kabbis. Zumal wir Männer ja auch Emotionen haben. Also wenn ich mal so ein bisschen mir hier jetzt gestatte, mir so ein bisschen freier zu reden, wir sind ja nicht aus Stein. Also das ist ja Quark. Also das ist, aber natürlich gilt umgekehrt, Männer sind anders. Also als Mann will man zum Beispiel immer gut dastehen. Also das ist, auch wenn man nicht hetero ist, ist das in einem drin. Es gibt so eine Art inneren Zwang, gut zu erscheinen, der bei Männern stärker ausgeprägt ist wie bei Frauen. Weshalb Männer auch mehr auf Äußerlichkeiten achten, jedenfalls bei der Partnerwahl. Also weswegen ja Frauen umgekehrt sich herrichten. Also das sind, da gibt es natürlich biologische Konstanten. Darüber will ich jetzt nicht im Detail ausgehen. Das ist sozusagen, aber das ist, ist das Wahrheit? Wahrheit ist für mich so ein überladener philosophischer Begriff. Ich würde sagen, es ist Faktizität. Aber was leitet man daraus ab? Schon da ist die Frage ja kompliziert. Auf der rechten Seite gibt es ja, also schon, Rousseau fing ja damit an, zurück zur Natur. Diese Vorstellung, die Zivilisation hat uns verdorben und wir müssen zurück zur Natur. Auf diese Frage gibt die Faktizität keine Antwort. Also ich, natürlich gibt es eine Wahrheit. Also ich glaube nicht wie ein Postmoderner, dass alles Konstrukt ist. Es gibt messbare Wahrheiten in der Physik, in der Biologie, in der Chemie, in der Genetik, was man will. Ich bin nur der Überzeugung, dass die Fakt, dass das, was da als Faktizität vor uns ist, uns als Lebensrat nur relativ wenig nützt. Und der Grund dafür ist, dass wir Menschen per se unnatürliche Wesen sind. Wir sind es, der Mensch ist die Unnatur überhaupt. Also der Mensch ist der Widerspruch, möchte ich fast sagen, zur Natur. Natur ist das, was sich nicht reflektiert, was unreflektiert eine Funktion erfüllt, eine Nische. Also alle anderen Lebewesen besiedeln Nischen und wenn die Nische voll ist, ist finito. So. Wir Menschen schaffen uns unsere Nischen. Wir bauen Städte, wir bauen Dörfer. Wir beziehen nicht Nischen, wir machen sie. also der Mensch ist das Wesen, das nicht sich der Welt anpasst, sondern die Welt sich. Also so viel an uns ist unnatürlich. Unnatürlich ist, dass ein Mensch irgendwann dritte Zähne hat. Unnatürlich ist, dass wir uns mit Zahnpasta im Mund herumschrubben. Unnatürlich ist, dass wir Rosen tragen. Unnatürlich ist fast alles, was wir tun. Also die paar Sachen an uns, die Natur sind. sind. Also, wenn ich Beeren aus dem Wald pflück und die gleich esse, man kann mit, selbst Tiere, die ich esse, esse ich ja nicht roh. Ich brate sie. Also ich muss schon ein Feuer machen, was auch schon nicht mehr natürlich ist, sondern ich mache was. Ich beeinflusse, ich hacke Holz, ich sammle das Holz zusammen, um das Holz zu hacken. Ich muss mir eine Axt bauen. So, das ist schon nicht mehr Natur. Ich warte ja nicht darauf, dass das Feuer zufällig irgendwo brennt. das ist cool. Nun gibt es auch einige Tiere, die schon Elemente von Kultur haben. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt Affen, die haben gern gelernt, Obst zu waschen durch Beobachtung. Also es gibt auch bei Tieren, sagen wir mal, so einen Zwischenbereich. Ich will das nicht so scharf trennen. Aber Tiere würden nie in dieser Art die Erde verändern, wenn die Menschen morgen weg wären. Das ist ein qualitativer Unterschied. Also gleichzeitig ein quantitativer und qualitativer. Da ist sozusagen die Quantitativität, die eine andere Qualität bringt. Wir machen das so vielfach, dass es uns von den Tieren trotzdem unterscheidet. Kultur ist per se das, was uns auszeichnet, nicht Natur. Also wir sind per se unnatürlich. Unser ganzes Dasein ist unnatürlich. Das ist, von daher ist, was sich aus der Faktizität ableitet, nehmen wir zum Beispiel wieder die Geschlechtsdebatte. Die Rechten sagen, ich mach's jetzt mir mal ganz einfach, ich weiß, die Rechten, die Linken gibt es nicht. Ich sag's mal nur so vereinfacht, um des Gedankenspiels willen. Die Rechten sagen, es gibt eine von der Natur vorgegebene Rolle von Mann und Frau. Die Linken sagen, Postmodern, nee, das ist alles menschengemacht, autoritätsgemacht und wir können das machen, wie wir es wollen. Nun kann man natürlich sagen, in einem gewissen Sinne führt eine solche oder eine andere Gesellschaft zu diesem oder jenem. Also zum Beispiel sagen dann Leute auf der rechten Seite, ja, da wurden keine Kinder mehr gezeugt, wir werden dann weniger. Aber wer sagt, ob das schlecht ist? Wir haben ja Überbevölkerung, also die haben wir zweifelsfrei. Wir sind auf einem endlich großen Planeten, auf dem wir uns nicht immer weiter so vermehren können, wir als gesamte Menschheit gesehen, wie bisher, weil dann irgendwann, egal wie der Fortschritt kommt, Schicht im Schacht ist. So. Ich würde auch jetzt schon sagen, zum Beispiel Deutschland halte ich für ein total überbevölkertes Land, weil es gibt ja psychische Begrenzungen. Das kann man übrigens wieder faktisch ermessen. Also da haben wir den Bereich der Faktizität, in dem wir nämlich sagen können, bei allen Lebewesen, die, sagen wir mal, Säugetierlevel haben, ist, bei einer sozialen Dichte, die beißen sich zum Beispiel Ratten gegenseitig tot. Also jeder von uns kann das auch nachvollziehen, wer permanent in der dichten Gegend im engen Bus sich einquetschen muss, der erlebt Stress. Es ist uns nicht angenehm. Aber was folgt daraus? Was, was folgt daraus? Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Was die großen Argumente meistens sind, es läuft hinauf auf Lust und Lustlosigkeit. Da muss ich sagen, waren philosophisch die Leute in der Antike weiter. Denn das war nämlich eine Debatte, die Cicero in seinem Tugendbuch, ich weiß nicht mehr, ob es die Offizis war oder, nee, ach ja, Bonum et Malum, so irgendwie in der Richtung. Vom höchsten Gut und vom schlimmsten Übel, genau. So heißt das Buch von Cicero, in dem er sich genau damit befasst und die verschiedenen philosophischen Schulen. Einerseits die von, oh Gott, jetzt habe ich doch schon zu viel böhmisches Bier, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ist egal. Also eine Epikur, genau. Epikur, der gesagt hat, das Leben ist dazu da, lustfrei, nee, Quatsch, schmerzfrei zu sein. Also der Lustgewinn und Schmerzvermeidung ist der Sinn des Daseins. Das ist epikuranisch. Also das ist seine Gedankenschule gewesen. Dem Cicero hat dann, und umgekehrt hat er gesagt, na gut, aber was gibt es dann als Alternative? Dann gibt es das sittliche Leben, ist das wahre. Das haben dann die Platoniker und Neu-Platoniker gedacht. Und dann gibt es noch die anderen, dann haben dann die die Stoiker da sagen, nein, das natürliche Leben ist das richtige Leben. Aber merkt ihr was? Wir haben es hier mit Worten zu tun. Was ist, was, was, was bedeuten diese Worte? Was ist natürlich? Wer legt das fest? Nach welchen Gesichtspunkten? Also, das ist einfach ganz basale Dinge. Gut, natürlich ist, dass ich was esse, was mich nicht krank macht, sondern was meinem Körper gesund erhält. So. Versteht ihr? Ich glaube, es gibt die Faktizität, der Bereich der Faktizität ist so überschaubar, dass er uns in den wesentlichen Fragen des Lebens nicht weiterhilft, sondern dass es immer darauf basiert, was ich als Individuum entscheide, dass ich möchte. Es ist also letztlich ein Willensakt, ein Entscheidungsakt. Oder wenn ich mich nicht dafür entschieden habe, dann ist es ein Glaubenssatz, den ich nehme, weil ihn mir jemand gesagt hat. also das zum Beispiel, nehmen wir mal eins, wenn man sagen könnte, dass das angenehme Wohlleben epikuranisch ist das Maß aller Dinge, also dass ich möglichst schmerzfrei lebe und möglichst angenehm, dann ist die Frage, ist das produktiv? Fühle ich mich glücklich nur so hedonistisch? Ist das ein zufriedenstellendes Leben ohne Herausforderung? Warum machen dann Leute sowas wie Bungee Jumping? Denn das ist zunächst mal extrem angsteinflößend und viele Dinge, die wir machen, gerade in der modernen Zeit, wo wir ja in einer Gesellschaft vergleichsweise geringer Risiken leben, Risiken leben, ich muss aufbauen, sich hier nicht lalle, in vergleichsweise geringen Risiken leben und plötzlich suchen sich die Menschen Risiken. Warum? Also scheinbar gibt es in uns auch etwas, das Gefahr mit dem Risiko zu Schmerz sucht. Ist also, dass die Schmerzvermeidung und der Lust gewinnen tatsächlich das, was wir, was wir wollen? Wissen wir, was wir wollen? Das ist, das klingt jetzt ganz merkwürdig. Es ist aber wichtig. Meine Beobachtung aus ganz kleiner Froschperspektive, ohne mich mit Wittgenstein befasst zu haben, ist nämlich die, dass die meisten Menschen nicht wissen, was ihnen gut tut oder was sie wollen und dass ein erheblicher Teil der Menschen das, was sie wollen und das, was ihnen gut tut, permanent sabotieren, weil sie weder vom einen noch vom anderen irgendeine Vorstellung haben. Das wäre etwas, was den Menschen beizubringen viel wichtiger wäre, sage ich wiederum aus meiner Froschperspektive eines besoffenen Diogenes. Was euch glücklich macht und was ihr wollt, das sind zwei Fragen. Das muss nicht immer das Gleiche sein. Das kann auch manchmal das Gegenteil sein. Ich wäre zum Beispiel gerne reich, sage ich ganz ehrlich. Ich wäre gerne reich. Also ich würde gerne nächste Woche die 90 Millionen im Euro-Jackpot gewinnen, weil Geld ist ein Mittel um Dinge, um Freiheitsgrade. Da haben wir wieder auf die Freiheiten. Geld ist eine Freiheit. Wer keins hat, hat weniger. Egal, wie viel man auf einem Papier hat, weil letztlich ist das ein Fetzen Papier. Was da steht, ist nichts. Wenn ich nicht das Mittel habe, nützt mir das gar nichts. Was ist Wahrheit dann? Was sind solche Grundbegriffe Wahrheit, Freiheit? Was sind die dann wert, wenn wir uns mit solchen Dingen befassen? Ich bin deswegen, ich sage das immer wieder, nachhaltig von Nietzsche geprägt, weil Nietzsche der Ansicht war, dass die beste Art, sich mit philosophisch der Welt zu betrachten, das Perspektivische ist. Das Ergebnis davon, dass ich in meinen Videos immer wieder widersprüchliche Sachen habe. Ich spreche für die Republik, ich spreche für die Monarchie, ich spreche für das Kaisertum, ich spreche für die Demokratie. Es sind perspektivische Annäherungen. Ich umkreise ein Subjekt, in diesem Fall Gesellschaft, betrachte es aus verschiedenen Perspektiven und trete dann zurück und schaue mir die Erkenntnisgewinne dieser verschiedenen Perspektiveinnahmen an. Und komme zu dem Schluss, ich kann es nicht sagen. Also mir sagen, dass auch manche in den Videos der letzten Zeit gerade wieder, für was bist du denn jetzt? Für die Republik, für die Monarchie, für das Imperium, für den europäischen Superstaat oder doch für die kleinste Region. Da muss ich sagen, weder noch. Es ist für mich eine Frage, wie das konkret aussieht, was das konkret bedeutet. Drum betone ich immer, ich bin pragmatisch. Es gibt ein schlechtes Imperium und einen guten Regionalstaat. Es gibt aber auch möglicherweise einen schlechten Regionalstaat und ein gutes Imperium. Demokratien können scheiße sein, Monarchien und Alleinherrschaften gut und umgekehrt. Das steht für mich nicht fest, sondern um sich mit Helmut Kohl auszudrücken, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das kann mal so, mal so sein. Das sehe ich von Fall zu Fall, wie es gerade liegt. Es gibt auch Epochen, denen bekommt Demokratie gut und es gibt Epochen, da sind die Menschen der Demokratie nicht fähig. Oder Völker oder Regionen. Dem Nahen Osten zum Beispiel bekäme gegenwärtig Demokratie gar nicht. Am besten fahren die mit wohlwollenden Königen. Selbst schlechte Diktatoren, wie wir an Fällen wie Saddam Hussein und Gaddafi sehen, selbst schlechte Diktatoren sind für diese Region besser gewesen als die Anarchie, die man bei dem Versuch eine Demokratie zu errichten hergestellt hat. Was ist also wahr? Die Demokratie ist gut, die Demokratie ist schlecht. Die Monarchie ist gut, die Monarchie ist schlecht. Da ist die Antwort, das hängt davon ab. Sollen Männer männlich sein? Was ist männlich? Rational, wild entschlossen, gewalttätig, pazifistisch? Es gibt darauf nicht die Antwort. Die gibt es nicht. Das ist das Postmoderne in mir. Dem stimme ich zu. Das bedeutet nicht, dass es gar nicht Wahrheiten oder Fakten gibt. Wir wissen, es gibt Verarbungen, die Männer in gewisse Weise so und so machen. Und Frauen anders. Bei Loyo gibt es ja den schönen Satz, wie war das noch? Frauen haben auch ihr Gutes. Sorry, das hat jetzt wirklich gar nichts damit zu tun. Ich brauche noch einen Schluck. Böhmen muss wieder zu Deutschland gehören. Nein. Also, wo war ich denn? Ach ja. Das ist der Grund, warum ich solche Grundsatzdiskussionen, also solche philosophischen, die ganz schnell in Wortgeplänkel enden, persönlich relativ langweilig finde. Weil ich den Nutzen dieser Dinge nicht so hoch sehe, wie er in unserer modernen Philosophie angesehen wird. Ich gönne es Leuten, die sich damit befassen, aber das hat für mich ein bisschen den Wert von Schachspielen. Die Ontologie, der Nomologie, des reflektierten Nichtseins. Das ist wie Springer von E2 nach E4. Das ist interessant, wenn man sich in diesem Spiel begibt, aber es ist das, es ist ein Spiel. Für mich ist die Realität immer das Sowohl als auch. Wir sind als Männer, Männer von der Natur. Sowohl als auch durch Kultur, das, was die Mode uns formt und das, was wir als Individuum sein möchten. ich kenne ganz, um ein Beispiel ganz kuriose Art, ich kenne ganz matschhafte Schwule und ganz feminine, die sind ganz stockhetero. Die sind so hetero, wie es nur geht. Die würden den Mann nicht mal hinterher gucken. Die sind aber ganz feminin und weich und sanft. Und die sind nicht so gemacht, die sind so auf die Welt gekommen. Ich kenne so Leute, ich gehe jetzt nicht im Detail, ich kannte so Leute schon von früh an. Und als ich aufwuchs in den 70ern, 80ern, gab es schon auch ein bisschen Femininität, aber ich kann euch sagen, es war noch eine sehr machohafte Zeit, eine sehr maskuline Zeit. Also alles, was man heute so als, was so bei Weichei-Männern, femininen Männern verschrien wird, wäre noch in meiner Teenager-Zeit in den 80ern unmöglich gewesen. Könnt ihr mir glauben, oder nicht, ist aber so. Also die sind nicht durch die böse feminine Kultur verweiblicht. Und dann natürlich die Frage, wollen wir tatsächlich eine Rohrstock-Männlichkeit zurück? Also wie im alten Preußen, von dem ich ein großer Fan bin, ist keine Frage. Aber wollen wir eine preußische Rohrstock-Männlichkeit zurück? Also ihr seht, die Frage ist nicht so sehr, was wir sind, was natürlich ist, sondern was wir wollen. Und natürlich auch, was wir können, was wir vermittelt haben. Der Wille, das ist ja wieder nicht-sheanisch, der Wille ist das Entscheidende. Ich habe Anlagen, ich habe Gegebenheiten. Das ist die Welt der Faktizität. Den Begriff finde ich viel wichtiger als Wahrheit. Wahrheit ist so ein belastender Begriff. Ich halte den einzigen klugen Menschen im Neuen Testament für Pilatus. Umgeben von lauter Leuten, die alle glaubten, die Wahrheit gepachtet zu haben. Jesus, seine Jünger auf der einen Seite, die Juden, der Sanhedrin auf der anderen Seite. Lauter Leute, die alle glaubten, wir haben die Wahrheit gepachtet. Wir wissen, wie es ist. Und Pilatus, der sagt, als Jesus groß erzählt von Ich bin die Wahrheit, das Licht und das Leben, da sagt Pilatus, was ist die Wahrheit? What is truth? Ich weiß, Pilatus sprach nicht Englisch. Was ist denn die Wahrheit? Wissen wir das immer so genau? Jenseits der Faktizität, dem kleinen Material, das da ist, aber was wir damit bauen, das ist wie Lego. Ja, da gibt es Lego-Steine und die haben ihre Grenzen. Man kann aus Lego nicht alles machen. Das sind eckige Steinchen und die bleiben so, wie sie sind. Aber was wollen wir denn damit machen? Was können wir damit machen? Material gibt zwar nur einiges her. Ich kann zum Beispiel mit Lego nicht ein Flugzeug bauen, das fliegt, weil Lego ist zu schwer. Ich kann ein Flugzeug bauen, das kannst du nicht schubsen und du denkst, ich hatte als Junge auf Balsaholz Flugzeuge gebaut. Die konnten fliegen. Das Material determiniert also, was man machen kann. Das ist klar. Das ist, wir sind Männer als Männer und Frauen sind als Frauen Frauen, um nochmal bei der Geschlechterdebatte zu bleiben. Das ist das Material, aber damit kann man was machen. Das eine wie das andere. Das hat dann aber auch Grenzen. Das ist ein Bereich des Wagen des Ungewissen. Menschen wünschen sich Gewissheiten. Sie wollen wissen, dass Dinge so sind und nicht anders, weil das gibt ihnen einen Frieden. Das ist das, was ich respektieren kann. Das ist, wo ich sagen kann, ich bin intellektuell verspielter Mensch. Ich verbringe den ganzen Tag mit Philosophie und noch zehn anderen Interessen. Und weil ich viel Zeit habe, kann ich über solche Dinge reflektieren. Ich bin von Natur aus so eher dem Schattenreich zwischen Licht und Dunkel, zwischen Ja und Nein. Das ist mein Naturell. Ich weiß, es gibt, die meisten haben ein anderes Naturell oder ich vermute es, ich kann auch nicht in den Kopf gucken, ich vermute es, die meisten Menschen wollen klare Antworten. Die wollen, ich mache die Anführungsstrichen, Geste Wahrheiten. Ich respektiere das. Ich bin da gar nicht überheblich. Ich weiß, viele Intellektuelle sind ja sehr arrogant gegenüber den Unintellektuellen. Das ist etwas, was ich aus meiner Jugend auch noch kenne, dass ich Gott sei Dank hinter mir gelassen habe. Ich habe meinen inneren Frieden damit gemacht, dass es da draußen eine Masse gibt, die nach Normen und Regeln leben will. Wobei natürlich die Frage zu stellen ist, müssen wir immer so bleiben? Können wir uns ein bisschen in den Bereich des Wagen spielerischen begeben? Wie weit nehmen wir Zuwanderung? Wenn alle ethnisch homogen sind, haben wir eine stabile, immer gleichbleibende Gesellschaft. Das ist zunächst mal beruhigend und sicher. Aber ist Sicherheit und Beruhigtsein der alleinige Sinn des Lebens? Oder ist manchmal ein bisschen beunruhigt worden nicht etwas, was man braucht? Umgekehrt ist natürlich klar zu sagen, wenn Millionen in ein Land strömen und alle Gewissheiten zerbrochen werden, lässt sich nichts mehr errichten. Ich habe das früher mal den Korridor des Schmerzes genannt. Wir brauchen ein bisschen Schmerz. Das ist so ein Korridor. Wenn es uns zu gut geht, werden wir faul und wenn es uns zu schlecht geht, können wir und bringen wir nicht mehr zustande. Wir brauchen immer gerade so ein bisschen Gepieke, dass wir nicht faul sind, aber auch nicht so viel Schmerz, dass wir apathisch die Viere von uns strecken und sagen, ich gebe auf. Das ist meine Philosophie des Schmerzkorridors. vor denen wir gemacht sind. Dass es uns nicht zu gut und nicht zu schlecht geht. Dann bewegt sich was. Dann tut sich was. Das ist Markwell-Philosophie, ich weiß. Ich glaube, ich habe meine Munition verschossen zum Thema Was ist real? Es lässt sich natürlich noch viel dazu sagen. Aber ich trete ein für einen Ausgleich. Ich bin ja, wie ihr wisst oder vielleicht wisst, ein spiritueller Mensch, ein Okkultist und auch ein Priester. Also ich bin auch dem Unsichtbaren, dem Subjektiven, dem nur zu Glaubenden verbunden. Gleichzeitig stecke ich mit den Füßen ganz in der Wissenschaft, im pragmatisch Fassbaren und fühle mich in diesem Spagat ganz wohl. Ich möchte mich nicht entscheiden für die eine oder die andere Seite. Ich möchte nicht sagen, das Transzendente ist das einzig Wahre oder nein, das Materiell-Mathematische ist das einzig Wahre. Ich möchte mich zwischen diesen zwei Extremen, was die wahre Wahrheit ist, nicht entscheiden. Es gibt für mich Transzendenz, aus der ich schöpfe und es gibt für mich materielle Faktizität, aus der ich schöpfe. Ich komme zum Abschluss an einen Gedanken, der mich bei diesem Bereich sehr immer inspiriert hat. Wir kommen, das schließt ein bisschen den Kreis, wieder zu Star Wars. Eine Figur, die mich mehr geprägt hat, als die meisten Figuren, ob real oder nicht und als jede Figur fiktiver Art, Kraya. Kraya ist eine Figur aus Star Wars, aus dem Computerspiel Star Wars The Old Republic, ich glaube zwei. Ich kann die nicht mehr ganz auseinanderhalten, es ist schon lange her. Und sie war einst Jedi, dann Sith und ist dann so etwas geworden, was man eigentlich so grau nennen könnte. Also zwischen Licht und Dunkel und so sehe ich mich selber auch. Zwischen Licht und Dunkel, zwischen Chaos und Ordnung. Und Kraya sagte einmal, ich kriege den Satz nur noch so sinngemäß hin, wer sich einer einzigen Ideologie verschreibt, wird immer Sklave dieser Ideologie sein. Deswegen lehnte Kraya es ab, sich irgendeiner einzigen Idee anzuschließen und zu sagen, ich bin Jedi, ich bin Sith. Im Star Wars Bereich. Denn das ist ja auch, das hat ja Ähnlichkeiten. Ein Sith ist einer, der für die Dinglichkeit und Materialität der Welt steht. Nur hier im Jenseits ist die wahre Welt, während für den Jedi die spirituelle, transzendente Welt, die eigentlich wahre ist. Für den Jedi ist Liebe, Kooperation, der wahre Wert, der wahre Sinn des Daseins. Für den Sith ist Konkurrenz, Übertrumpfen, Konflikt die wahre Welt. Und Kraya sagte, wenn man irgendeiner Philosophie anhängt, ist man Sklave dieser Philosophie. Deswegen gehöre ich keiner Vorstellungswelt ganz an. Der Spirituellen nicht, der Materiellen nicht, der wohlwollend Gutmenschlichen nicht, der konfliktiven Konkurrenzdenken nicht, weil ich keiner Vorstellungswelt, in keiner Vorstellungswelt gefangen sein möchte. Ich glaube, Vorstellungsmodelle sind potenzielle Fallen. Das befreit uns nur, die Dinge durch verschiedene Gesichtspunkte zu betrachten. Das ist die, wie ich meine, größte Annäherung an das, was Wahrheit sein könnte, die uns möglich ist. Uns von freizumachen, vom Festhängen von Systemen. Für die Alltagsmenschen ist das völlig ohne Bedeutung. Deswegen habe ich, ich habe mir gegönnt, hier eine lustige Plauderei mit euch, mit philosophischem Hintergrund, auch um etwas mal etwas Unterhaltsameres, wie ich hoffe, etwas, das uns ablenkt von den Schrecken der Gegenwart und das mich nun los sagt von der Nötigung dieses Freundes mich zu dem Thema, was ist Wahrheit und was ist Freiheit und hoffe, habe eine irgendwie halbwegs befriedigende Antwort auf diese Frage gegeben. Bleibt mir gewogen. All right. Das kind dx